We don't, we don't, we don't Welcome back to another way of South Park the Stick of Groove 1, 2, 3 Due 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 schön dass wir eingeschaltet habt wir waren letzte folge damit doch mal ausreden hier mann okay wir waren letzte folge hier in der schule haben crack gerettet vom nachsitzen wir können jetzt weiter spielen also heißt seit weiterspielen hatten ganz größer und zwar das weitermachen ist jetzt auch eine woche her wo ich zuletzt gespielt habe möchtest verprügeln okay okay wo müssen wir denn hin jetzt gerade hier müssen porsche noch holen für mr slave wir müssen noch jetzt kann okay ja 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 dann würde ich sagen gehen wir zuerst dahin aber wir haben hier doch hier auch okay moment dann machen wir kurz eine schnellreise dahin wir haben ja auch überlegt vielleicht gehen wir sogar der folge sogar noch zu mr zu lk hierhin ja dann muss hier um ja genau muss dann hier hoch auf deinem kopf so moment nein das war das falsche post office sind wir hier da ist dants mutter ok wir reden mal später mit ihr Zu hause Ich war ich glaube das war schon wieder das falsche gebäude kann das sein Minuten einfach mal Okay wir können nicht mit ihr reden oder sonst was wir können sie nur hauen Nein das war schon richtig okay hier einmal kaputt machen haben wir noch ein bisschen Geld haben hier auch wieder Timmy Schnellreisestation Dann können wir wie war das Okay Dann gehen wir zum post office und holen das paketchen ab Okay Okay jetzt heißt sie kommen die kümmer aus freund haben sobald mehr dinge Alles klar Hier reden können wir auch nicht Nehmen wir weiter Können wir uns dann schon eh nichts weiteres machen Dann zum slave würde ich mir sagen jetzt Jetzt bin ich schnell reisepunkt Er war ja eher genau hier Ne grad mit so Fotodurcho Ja genau wir sind da Ja haben wir gehen da einfach hin So Okay Hier runter Hier rum Durch stimmt die kinder müssen wir anders suchen Die Ach da haben wir schon zwei stück Okay wir brauchen glaube noch vier stück dann so wenn da schon zwei stück stehen Soviel ich weiß Na und da müssen wir hin Wir haben ja auch Fettung verfügbar Äh Ja wer ist denn so Rutsche Gunt sie einzeln Okay Äh Hier Ne Tagung kann nicht Ja Haben wir die nicht schon letzte Folge eigentlich aufgewertet Ich weiß nicht mehr Äh Ja Quelskarte Da Da Äh Ja passt auch Verkippe ausrüsten Macht mir damage Ja Haben wir hier noch irgendwas Ne da passt auch immer noch alles Da ja alles sonst ganz normaler trinke und was für sich was alles Äh Warte 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 Ja egal Gehen wir mal weiter Ja dann taug hin mir mal mit ihm Dankeschön Meine Nacht sieht jetzt ein ganz viel besser jetzt Hier Wenn du meine Hilfe brauchst Use das Ich kann mich nicht mit einer schweren Kampf Aber ich will nicht einen Fissure Komm zurück und find mich wenn du mich wiederholen willst Aber gib es einen Tag Ich gehe zu viele Partys Ja Ja Ich fissure Fissure Okay Ihn können wir auch beim kämpfen jetzt holen oder wie habe ich es jetzt richtig verstanden Ich denke schon So Ich würde sagen Wir suchen jetzt die Kinder zu Hirsch Oder zum zu Elkau gehen Komm hier rein Hier ist zugeschlossen Hier können wir auch nicht weiter Okay Komm auch nicht Wo wir können Wie war das nochmal Okay Tarnschrei erfolgreich benutzt Wir müssen jetzt bleiben und warten und warten um jemanden zu uns zu retten Wo sind wir hier Oh Gott Oh Gott Oh Gott Wir sind die Überwölfe Okay Ich glaube nicht, dass ich dich sehr mag Ich bin hier 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 das hier ja genau nice butters what the fuck okay damit habe ich nicht gerendet dass uns jetzt plötzlich so hunde angreifen oder vielmehr welche würde sagen wir gehen wir raus weil ich glaube wir müssen hier noch gar nicht hin ich glaube wir haben uns verlaufen glaube ich um okay ich kämpfe zu einem mal mit ihm okay ja ich hoffe die Bärchen nicht angreifen, aber ich muss dich schmerzen hmmm Oh Och ne nicht deinem ernst Ok Wir sollten ihm unbedingt was zum Ja genau so Und jetzt noch zack So So Nicht dein ernst Dann Ja Hm Was machen wir Was machen wir Ja Kann man auch nichts machen Ja komm Hä Warum ist der tot Ich habe 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 einen guten preis Ich habe Ah Äh 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 Ja 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 Äh Ähm Ja Ja Ä Äh Äh Ja 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 Und Ja Äh Ja fluffish M espera Ja 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 machen die die noch ein bisschen geld einsammeln geht das zu kämpfen man noch ein bisschen gegen die elfen geht auch machen wir schon mal einen tod und dann können wir den anderen tod machen so völkerball ne moment fähigkeit abzieher dann attacke stimmt dann kommen wir wieder luten dann kommen sie die buch rein Oh, kann man sogar? The Mongolians are watching. They conquered me last week, act natural. Oh, yeah, Mongolian beef. Mmm, so tasty, right? Wow. It's not tasty at all. It's gross. Don't eat it. You eat a Mongolian beef, you shit your pants for five days. All right, Mongolian. Please, you gotta help me out. The Mongolians all live like rats in the Tower of a Peace next door. I'll keep the adults occupied here. You go to the tower and beat up all their kids. Beat up all the Mongolian kids. The Mongolians think this neighborhood is not a safe place. They move away. Go, go, beat up the little Mongolian kids. Oh, hello, Mongolian. Mongolian beef smells like a rhino-richi asshole. Was können wir denn hier kaufen? Ja, fast. Okay, also heißt, da wir gerade eben nicht reinkommen konnten, könnten wir jetzt reingehen. Aber mit der Autos sage ich mal zum Nebenquist. Jetzt suchen wir mal weiter. Was gibt's denn hier noch? Kenn ich's Vater. Dann... Hey, nice. Hey, nice. Hey, nice. Hey, nice. Hey, nice. Okay, zu ihm können wir nicht. Nein, nicht schon wieder. Oh, nein, nein, nein. Das machen wir nicht nochmal. Nein, 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 nein. Wo ist die mit denen ist gerade? wir sind hier oben okay ich nehme fest nur hier schweine beim mann ja gut ich sag mal nicht so eine actionreiche folge oder wie mir kaum was richtig ich würde einfach mal sagen vielen lieben dank fürs zuschauen wir hören auch beim nächsten mal wieder ein wenn es mir heiß ausfragt und stick of truth bis dann ciao